Hallöchen, ihr der Nale4 und willkommen zurück bei Angst. Wo es weiter geht? Hier unten im Brunnen, mitten durch diese Geheimtür im Brunnen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Das Mädchen und laute versteinerte Kerle. Und er ist kalt. Okay, immer quatschen. Die armen Leute, ich muss Emma ja rausschaffen. Aber vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, diese bedauernswerten Seelen zu befreien. Ich muss ihn befreien, komme auf das Rolle. Vielleicht hilft ein persönlicher Gegenstand. Polizei Marke, Holzfolie, Brille. Ach, das sind die ganzen anderen Viecher. Eins, zwei, drei. Einer, zwei, drei. Wo ist der letzte? Hey, ein Dollar. Oh, einer noch. Dein Habi ist sehr geil. Cool. Ich hoffe, ich habe es nicht übersehen. Und das ist hier der letzte. Bestimmt. So, die Mutti. Was war denn bei der Mutti? War das die Brille? Ja. Scheint zu helfen. Okay, was haben wir hier? Den Polizisten. Leckige Polizei Marke. Oh yeah. Ich besiege dich, du Kacknebel. Und hier, er bekommt den Holzvogel. Super. Ich bin Angst. Bitte, wir sind hier raus. Are you going to get away with this? Do you know how it feels to be all alone? To cry out loud for help and get the deep silence of this well in return. Where were my mom and dad when I needed them most? Were they rearranging my room so their new daughter felt comfortable? Oder waren sie über einen Namen für eine neue Frau, die ihre Frau verletzt, wenn sie nicht so gut sehen würden? Für alle diese Jahre, ich wollte jemanden, die ich mit spielen wollte, aber niemand wollte hier kommen. Also, ich habe eine Chance für sie alle hier bei mir. Ich kann jeden Spiel spielen, die ich will. Polizisten, Doktor, sie sind alle hier. Und was für dich? Willst du spielen? Tag? Ich... Ich kann sie einfach hier alleine bleiben. Ich weiß, dass sie Angst ist. Aber ich kann auch fühlen, dass sie Angst ist. Sie will nur nach Hause gehen. Wir brauchen etwas, um sie zu schlafen. Gott, ist der riesig. Herr Buddy, ich habe dich nicht in Jahren gesehen. Aber, warum machst du das? Weil ich weiß, was es so aussieht, alleine zu sein. Mom und Dad haben mich benutzt, um ihre Fehler zu lösen. Sie waren so Angst. Ich bin so Angst. Und letztendlich... Sie locken mich einfach, um mich zu schlafen. Ich habe schon seitens von Freiheit geblieben. Es ist egal, was wir in der Vergangenheit haben. Wir sind Familie. Sie sollten zusammen bleiben. Oh, schön. Spatzi in seinem Hund des Brunnens. Es ist toll. Und beide sind glücklich und vereint. Und... gut. Gut. Und das war's hier mit Angst. Ja. Ellie. Hank. Gut. Ich würde sagen, dann war's das auch. Und... Warum ist das Mädchen jetzt verschwunden? Weil die Eltern nicht aufgepasst haben? Gut. Na, wie auch immer. Ein Dollar fehlt. Das ärgert mich jetzt. Aber ansonsten... Ja. War's doch ein recht kurzes, aber dennoch sehr amüsantes Spiel. Und... Ja. Und anscheinend sind das ja alles irgendwelche Tschechen, Serben, Russen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ein langer Abspann. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Was auch immer da kommen mag. Bis dahin. Macht's gut. Und... Ciao, ciao. Spiel das Bonus-Kapitel unter Extras. Echt? Extras. Bonus-Kapitel. Geil. Okay. Gut. Würde ich sagen. Mach ich dann beim nächsten Mal. Ähm. Doch. Jetzt. Ähm. Ja. Erstmal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bonus-Kapitel nehme ich mit. Mach ich auf jeden Fall. In der Fall.